Servus Leute und herzlich Willkommen zum erwünschten Let's Play zu Unturned Natürlich Together, ich bin nicht alleine Mit dabei sind... Moment, jetzt kommt mein geiler Move G? Nee, T war's? Nein? Fuck! Voll verkackt, welcher Knopf war's? Das war doch G, früher war's G Ich wollte jetzt eigentlich the point, das geht nimmer, gell? Es war G, du darfst nur nichts in der Unturn Gut Leute, es wird die übelste Fail-Kacke aller Zeiten Aber es ist auch ein geiles Spiel, da darf sowas passieren, genau das Mit dabei sind der Cloneycraft Hallo! Und der Gamefreak von der Gamerbude, den meisten wahrscheinlich bekannt als Terraria Unter anderem... Hi! Und ich bin Cut! Ja sprich... Wir versuchen so schnell wie es geht bei Markus anzukommen Weil er gerade auf der Recke ist Und denen noch zu helfen Wir haben hier noch ein paar Zungen bis zu Kille Versuche ein bisschen zu nude Ah! Achtung, Crawler! Die sind schnell... Aua! Sorry, hier nix passiert Nindo ist ein besserer Rucksack für dich, das Travel Pack Hier hast du Painkillers Was ist das Rucksack? Ich hab noch Painkillers gefunden Ein Travel Pack ist hier Ach, sehr gut Ein Travel Pack Ein Travel Pack Den equipt er man dann sofort Wie kommt man in das scheißverkackte Haus, Nindo? Das war zu komplett super Den anderen schmeißen wir... Ich weiß nicht, ich glaub vielleicht mit einer LiDAR Man kann ja LiDAR craften Beziehungsweise auch finden Und so könnte das funktionieren Durch ein Spitzack? Und ich hab grad was gesehen, wo das so Zeich drin leidet Ich will da drauf kommen Und vielleicht ist was drin, wo man helft Ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab 73% Dorscht Und 53% Hunger Und bin 36% infiziert mit Radioaktivität Und hab auch 10% Leben Ich hab ein Pickaxe gefunden Die haut man ein bisschen besser rein Und die brauchen wir natürlich auch zum Abbau Selbstverständlich Und unser Plan ist natürlich Erstmal uns ein bisschen zu finden Oder uns zu finden, ein bisschen auszurüsten Und dann suchen wir uns natürlich rechtzügig Einen guten Platz für unsere Base Und dann das für geile Waffe Ähm... Das eine müsste ne Moschen sogar sein Und das andere ist noch... Und das andere ist noch... Ja... Abgesägte Schrot Äh... Was willst du? Ja... Ich hab Bio Cold Ja dann... Ich pack dich trotzdem ein Markus braucht vielleicht auch ne Waffe und... Ich hab schon deine hier Schrottflinch Äh... Die... Waffe Lager Äh... Die Lever Action hab ich Ah... Kommt drauf... Kommt drauf an... Äh... Welche halt mehr Munition hat Oder ist ein Zombie Oh... Ist doch nicht irgendwo ein Kleidungsstück Bitte... Ich brauch so dringend was A la fuck you, du Arschgeppgammelder Kackzombie Ich komm Ah ja ich hab grad noch 60 LifeCard Dann schlag ich ihn Er schlag mich einmal und ich hab nur noch 30 Ooooooh... Wir sterben gleich, Alter Aber ich hab Painkillers Ich glaub die kann man nehmen Sollten glaub ich ein wenig helfen 5 Magazine Und wie weit geht's hoch? 45? 46? 50? Okay geil Geil 60... Oh ich hab wieder 60 Alles gut Hab nix gesagt Sowas bräuchte ich jetzt Ich guck ob ich dir noch was mitbringen kann Selbstverständlich Und versuch mal was zu saufen mitzubringen Ich guck grad noch ein bisschen durch die Stadt Ah ne die Moldi Irgendwo vielleicht noch was gespawnt ist Aber ich glaub sie eher nicht Moldi Milk Die kann so gerne so Outfield? Was ist denn Outfield? Ja die ist nicht schlecht Die hab ich auch So Wir gehen mal kurz da hoch Oh oh Ja Ja Ich hab Ich hab doch grad ein Zombie gehört Ja ich hab ihn tot geschlagen Ich hab grad gedacht der steht hinter mir Ist das so richtig weichdossi oder ist das nur Deko? Ne ist glaub ich nur Deko Oh hier liegt ordentlich was an Muni rum Ich hab jetzt einfach mal alles eingepackt Civilian Bullets ist doch glaub ich für mal ein Shotgun da oder? Ne Civilian Shotgun müsste ähm Bugshot sein Okay dann will ich die wieder weg machen Ich hab grad ne Bandage gefunden Bugshot Oder hab mal eine Bandage gecraftet Das hat mal 20 live gegeben Leute ich hab ein bisschen Farbe Jaaaa Jaaaa Aber nur recht Aber nur recht Ich muss mal kurz hier die Mosin Ausrüsten Mach die Bugeln raus Und schmeiß die dann weg Weil ich hab zwei Was soll ich mit so viel Schulrucksäck Ich hab in der Stadt Zwei Schulrucksäck gefunden Und zwei Travelpacks Und eins hab ich dabei Wo ich dir geben wollt Ich hab eins Sehr gut Sehr gut Sledgehammer Sledgehammer sind extrem geil Einen Schlag Und die Jägner sind weg Ja Komm her Was ist das? So Leute Moldy Moldy Was liegt denn da drin? Rechtsstange Bord Nehm ich mit Wo bin ich denn mal ein bisschen da oben? Ich Hoffe Ich hab irgendwas Was ist das? Wap Metal Wap Metal Wap Metal Wap Metal Ja ist ja gut Konnt man nicht auf Leertasche springen? Doch Aber wenn du keine Stamina mehr hast Kannst du das nicht Ja Ich hab volle Stamina Ich kann noch springen Spring Metal Wut Oh Pfeile Brauch ich aber nicht Ach wie durch ist denn das? Ne ich hab auch zu sehen Ich bin auf der Capsula gekommen Und dann hat sich alles deaktiviert Oh Wege brauchen wir auch Können wir zum Craften benutzen später Hier ist noch ne Hose Du hast ne Hose? Ja ich hab hier alles schon an Neue Leute Bei mir ist wieder voll die langweilige Action Also nischt Wir kommen jetzt sofort Wut Ich kann ja mit der Outfield Kann ich Oder ist das? Doch mit der kann ich ja zielen Ja jetzt gehts ab Die vier Ja guck mir Guck mir hier noch die Pickaxe mit Wenn du Platz hast Ja ne ich hab die Kantana Ja aber die Pickaxe ist ja zum Abbau Dann kann jeder Abbau Achso für was brauchen wir die zum Abbau? Steine zum Beispiel Um Stein abzubauen Ah cool Können wir mich noch schnell finden Oder wie lange wirds dauern Weil ich weiß nicht Ja das sollte Ich guck was die Autos am Tank haben Ähm Kloni hast du zufällig in der Stadt irgendwo Kann ich stark sehen mit Benzin? Ne Nur zufällig nicht unbedingt Der ist leer Ich hab neuner Ich hab neunzig Wasser Ich hab neunzig Wasser Ich hab neunzig Wasser Ich hab neunzig Wasser Oh neunzig Wasser das wird knapp Weil ich hab auch nichts zu trinken dabei Auch ich schon Guck mal der hat sechzehn stark ein Und reiche Ich hab äh Was wichtiges gefunden in der Stadt Und zwar die Zeitungsstände Ah Zeitung was? Zeitungsstände Ah ist ok Halt die Schnauze Horn um Ja mach ich nochmal als immer Ah ja komm Vorbei jawoll Aber jetzt ist erstmal wichtig Dass wir mal der Markus finden Ja Ich hoffe der Sprit reicht Und wir brauchen dringend die Kantine Ohne scheiß Wenn du die hast Dann kannst du nämlich einfach ans Wasser gehen Füllst du dir auf Trinkschwarz Dann hast du mit dem Trinken schon mal Keine Probleme mehr Und dann natürlich ne Basis mit Mit Seeds Dass wir anpflanzen können Dass wir immer Eigenes Essen haben Oh wir kommen jetzt an An Mai Farm Wo ich im Seenplayer war Hehehe Ähm Falls ihr mich noch vorher findet Bevor ich jetzt gleich mit Äh Durst fachig Ja Äh Kann ich ja mal ein ganzes Zeistandaufsammler Äh Wir versuchen es auf jeden Fall Ja klar Weil ich will mein äh Komisches Cape wieder haben Hehehe So Moment Also Cloni wir fahren jetzt kurz da rechts rein Da kann ich nämlich tanken Ja Wenn wir aussteigen gleich gucken Wegen der Zombies Da dürfte nämlich ein paar unterwegs sein Aber davon ist ein Kandisch Aber davon ist ein Kandisch Da glaub ich irgendwo Da können wir nämlich Äh Schneller So raus Blei Waffe ausgewählt So Hinter dir Ja ja Ah verdammt Oje So kommt sie die ganze Gemeinschaft Ich hab 94% Hinter dir Was hinter mir? Wie geht denn das? Ich komm, ich komm Ja Okay was Sorry war bei mir grad ein bissl rugelig Ich weiß nicht wo die viele Zombies jetzt da waren War das ein bissl rugelig Das Bild Warum auch immer Ich hab noch nicht ganz so gut gepatscht So wirst du die Kette sehen Nehmen sie mit Da kann ich sie wieder am Magus geben Kann er wieder machen Blablabla Ich hab gar nicht Ich hab gar nicht Ich hab gar nicht Ich hab nicht Ich hab nicht Ich hab nicht Ich hab noch Äh Platz frei im Backpack Nooo Aber wir müssen zum Anderen Ding rüber Und hoffen Dass man dann gar nicht da finden Weil hier ist keiner Oh mein Gott Ach nein Spitzel Ja wenn ihr da noch rumlungern Dann geh ich einfach auf Reise Ich wär sowieso gleichfach egal So von daher Ja warte ich nehm aber das Auto mit Weil sonst Da könnt ihr nämlich Wenn du kann ich da findest Die Regel nämlich immer voll Endlich komm ich hole Rückwärts 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 Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon Vollerri Vollerri Und ich fahr ein blaues Auto Und ich muss offenen Klo Vollerri Vollerro So Da vorne steht das gelbes Auto So Wo? Ah mit auf der Straße Ich fahr auf der Straße Schnell in die Stadt nenn in die Stadt nenn in die Stadt nenn Vielleicht spawn ich ja wieder dort in der Nähe Also ich verrick jetzt grad 5 4 3 2 2 1 Tod Scheiß Mal gucken wo ich gespawnt bin Das sieht vertraut aus Leute ich hab Farbe Oh oh ich werd verfolgt Ich versuch grad Kanischter zu finden Mach dir das immer so aus ne? Jaja ich Lass sie wohl schaffe Lass sie wohl schaffe Ja einer ist schon weg 2 Ok was ist das da immer? Ok es ist irgendwas wo ich noch nicht kenne ich bin sehr weit weg gespawnt Ja ok ich hab Zivilien Amor gefunden Kein Kanischterbisse Ne Hast du da was denn? Oh das wird immer besser Es wird ja immer schlimmer hier Ok ich hab wieder nur noch 70% Weil mich irgend so Bauer weiter Begrabscht hat Bei dir alles klar Clowny? Oh oh Jaja Verdammt hier waren doch mal keine Stattungen Ach kack doch die Wandern Äh wenn ich jetzt sah ich bin jetzt in der Nähe von einem Friedhof gespawnt wie sehr wo ich bin Ne Oh Friedhof Ich schritt Da ist ein Friedhof Ich muss ehrlich gestehe ich war bisher glaub ich noch an keinem Friedhof Es ist mir neu Alter ich muss doch grad kämpfen wie so Beklopter Ja wie Das sieht jetzt eigentlich aus mit den Skills Dann hätt guck ich immer wieviel Tank der Gelbe hat Äh ich sag schon aufbefallen was dass man einen Skillpunkt geklaut kriegt Wenn man sterbt Jaja anscheinend verliert man aber pro Also wenn ich das richtig gemerkt hab pro Ähh Skillfähigkeit quasi Also wenn du jetzt bei allen Sache 2 Geskillt hast verlierst du auch bei jedem einen Hättest du wieder dunkel alter Gibt's doch nicht Ich hab hier Seeds gefunden ich pflanze die hier mal Ja aber das bringt uns ja eigentlich nicht Weil wir momentan einfach noch kein Platz und so weiter für Äh für noch kein Besen haben Pflanze ich die einfach hier damit sie nicht kaputt gehen Und dann können wir sie ja erholen wenn es Quacks ist Tolles Auto Hat null Benzin Alter komp Ja da müssen wir wahrscheinlich zu Fuß weiter erstmal Ja da müssen wir auch Alter wär ich jetzt schon wieder fahriger 40% Halbstuh Das glaub ich besser so wenn du bregst ne Irgendwann spawns schon in unserer Gegend Ja So weil der blaue hat glaub ich noch 2% Da komm ich vielleicht noch rückwärts und das war's Soviel Zombies bin ich grad platten Alter Hab nix gesagt Kommen wir sind mal zu Fuß weiter Da ist Dreck Wir sind aufm Weg äh Du weißt nicht wo du bist gärst gesagt Ich hoffe dass wir in die richtige Richtung laufen Ähm Friedhof und am Strand stehen Liege und äh stehen Schirmer Also Sonnenschirmer Gut Friedhof Okay Bei mir wird's aber auch eng Ich hab jetzt äh Leben 50 und trinke 81 Aber ich müsste doch eigentlich genug Ich hab doch trinken dabei ich wollt's grad sagen Trink mal kurz was Mhm Ich hab mein Shotgun ausgepackt für alle Fälle Ja ich nehm jetzt wahrscheinlich Ausgewehr nachts über Der ohne ist Der ohne ist ein Hase Was ist denn das? Ah ne das wird's nicht Wo ist denn der denn weg? Oh was ist denn das? Ein Knapsack Was? Knapsack? Ein Knapsack Ein Knapsack Ne Knapsack Ist ein Rucksack auf jeden Fall Jetzt hab ich mal 4 Slots mehr Jetzt kann ich in die Stadt gelooten Sofern ich die ganzen Zombies kille Ich hab grad komplett neue Taktik Anstatt die nach vorne hin und nach vorne hin Die geht ja nicht mehr Warum schießt du? Da hab ich die ganze Zeit Volles Reh erwischen Bin ich die ganze Zeit riegwärts gelaufen Und jetzt äh Schlag ich mit beide Feucht Doppelt Ah Zombie Ich hab Zombie gehört Ja vor dir Aschen Ja Ja Oh nein Obwohl sie haben beide Die ich ne weg Ich brauch in dem Spiel aber ich halte Ne noch ned Achtung da kommt ein Zombie Gehst du zurück Ah du hast selber einen? Weg Ich hab ja überhaupt Da ist noch einer komm her Ja Ich bin in grad ziemlich große Stadt Da ist sogar ein Legend Der heißt ganz Oh 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 Ah ich weiß in welcher Stadt du bist Aber die ist glaub ich weit weg Von da Ne ich hab ein Generator gefunden Oh sehr geil Wenn wir später ein Worklight finden Ja Also Baustelle Licht Ähm dann können wir mit dem Generator zusammen das Ding betreiben Und können das quasi in der Base aufstellen als Licht Ich nehm ihn mal mit Okay Mal hier noch Stick nehm ich auch mit Und das äh Tape da mal mit oder was es grad war Ja das Tape kann man auch für Passage benutzen Oh Ich muss mir da mal die Crafting Liste nochmal richtig durchlesen Ich hab Coyote Pack Oh Borsure Click Oh Coyote Pack Gefunden Alter 50 Kilo kann ich dran Oh sehr gut Nice Was ist das? Metal Code to Set Respawn Point Hä? Ich hab Code gefunden Das ist ein Bett oder sowas Ah ja das kannst Im Lager kannst du das hinsetzen Und wenn du dann stirbst und auf Home drückst Dann spawnsch Dann spawnsch Dann spawnsch du wieder in dein Bett Also an deinem Oh oh In deinem Homecars in deiner Base Oh oh Ja geh in Deckung oder schieß Also jetzt wärs besser wenn ich mal nicht verrecker Ja das wär ganz gut Das wär eigentlich besser ja Wenn du überlebt Äh 20% hab ich äh Noch an Leiber Und die Stadt ist sehr groß Kann nichts da Kann nichts da Ja sehr gut Guck mal was in dem blauen Auto so drin ist Ich geh hier mal in die Foodlade Und pack hier ein was geht Wenn ich jetzt ins Auto hingehe ne Kommen alle Zombies Komm ich mach mal nicht was ist das Civilian Bullets Oh hier ist extrem viel zu essen Das ist gut Das ist gut Kann aber nicht alles mitnehmen Ich muss aber jetzt kurz was essen Weil ich bin schon wieder bei 78% Ja und ich muss was trinken du Ja trinken Müsst hier glaub ich auch was äh sein Seid lieber bei dir Ja ist immer besser wenn man zusammen unterwegs ist Äh Douglas Oh warum sind ihr zusammen Das nervt mich grad Ich bin so an Ja sorry wir sind leider Leider gut gejoint Das nervt mich grad tierisch Ja Sehr sehr tierisch Egal ich Ich renne jetzt YOLO in die Stadt Nenn ich will erkunden Blauer hat null Wenn ich wieder fahrig ist mir wurscht Oh oh Alles klar soweit bei dir? Du ist noch ein Du ist noch ein Nicht da Ja gut dann können wir auf jeden Fall Und da ist noch einer Gut dann können wir das Auto komplett voll machen Weil ich ja ja Gas station was haben wir hier Travel pack hab ich schon Ja Rotte ich hör doch schon wieder nen Crawler oder sowas Ja war ja was gehört Achtung da kommt einer um die Ecke gleich schossen Wuh Woah Hast du das gleich gesehen? Alter Der ist voll durch die Wand gelegt Voll durchgepackt Und voll auf mein Gesicht Okay ich hab ein bisschen was ins Auto nie gemacht Ja guck wir tanken das Auto komplett Nein Komplett voll Ich bin tot ich bin von hin überrascht Alter bin ich aber ja erschrocken ey Ja und nicht erst Gut Leute dann würde ich sagen Leider haben wir uns jetzt in der ersten Folge noch nicht gefunden Aber das ist auch nicht so schlimm Da haben wir wenigstens auf jeden Fall zwei verschiedene Ansichten Unsere die gut lief und die vom Game Freak die nicht ganz so toll war Weil er leider zweimal gestorben ist Aber das macht nichts Das soll nichts desto trotz kein Spiel Spaßbremse sei Oh Ich weiß wo ich bin Und im nächsten Part werden wir dich auf jeden Fall abholen Wir haben jetzt Tankstelle, Auto voll und dann geht's ab Ich hab eigentlich auch theoretisch einen guten Platz für unsere Base Ich bin am Airfield Oh Oh sehr gut da sind wir auf dem Weg hin Dann kann ich dich direkt mit dem Auto abholen Dann bleib jetzt dort stehen wo du bist Genau bleib wo du bist An der Stelle verabschiede ich mich Und ihr euch natürlich wahrscheinlich auch Und wir freuen uns natürlich aufs nächste Mal bei Unturned Bis dann Ciao Ciao